Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt es eine Reaction auf einen meiner Kommentare. Wenn man im YouTube-Game ist, besonders in Fitness, habe ich das Gefühl, man bleibt nicht ganz verschont von den Kommentaren. Das Schöne ist, bei mir in der Community und auf meinem Kanal finden sich sehr viele recht konstruktive, positive und wohltuende Kommentare. Damit meine ich nicht nur, dass sie meinem Gemüt schmeicheln und mir schönen Beifall geben. Nein, damit meine ich, dass es vor allem eine Bereicherung ist für das Thema. Denn ich habe sehr viele Leute in der Community, die 20, 30 Jahre plus trainieren und mit ihren Kommentaren, die nicht unbedingt wenige Zeilen umfassen, einiges dazu beitragen und ergänzend zu mir hinzufügen. Denn wir teilen dann alle unsere Erfahrungen und deswegen tut es jedem von euch gut, Tipp an dieser Stelle, immer die Kommentare darunter zu lesen und dann kriegt man noch so einige Trainingstipps mehr ab. Aber hin und wieder ergibt es sich, und das ganz besonders bei YouTube und ganz besonders bei YouTube Fitness, dass es auch ziemlich blöde, bescheuerte, dumme, phrasige Kommentare gibt. Das kennt ihr, das ist das YouTube-Game und damit muss man sich an meiner Stelle einfach abfinden. Die meisten davon sollte man lernen, geflissentlich zu ignorieren. Regel Nummer eins, wenn man hier Creator bleiben möchte mit geistigem, gesunden Verstand, dann ist das fürs Wohlergehen sehr wichtig zu lernen, einfach darüber hinwegzusehen und nicht mal zu antworten, was man am liebsten immer direkt machen möchte. Dann gibt es aber auch einfach nur Kommentare, die zwar nicht besonders helle sind, aber wo man denkt, vielleicht antworte ich mal darauf. Und so einen haben wir heute. Und wir gehen mal direkt auf diesen Kommentar ein. Sebi 8348 schreibt zu einem Video, wo es um Natural und Enhanced Bodybuilder geht, kann man erstmal Natural genau definieren. Wirklich Natural heißt keine Tabletten und kein Pulver, nur Nahrung. Nur illegale Substanzen auszuklammern, aber sonst den Missbrauch von Medikamenten als Natural zu bezeichnen, ist einfach Schwachsinn. Bis zum letzten Wort hätte ich meinen Zynismus und meine Syffisanz in diesem Reaction-Video dazu sicherlich zurückgehalten. Aber mit dem Wort Schwachsinn hat der Sebi es nun mal eröffnet. Dass mein Video oder mein Kommentar dazu von schwachem Geist sei, von schwachen Sinne oder schwachem Sinne zeugt, ist nicht nur ein Akt der absoluten Selbstüberschätzung, die dieser Herr an den Tag legt, mit einer ziemlich offenkundig, nicht besonders hellen Meinung. Nein, das fordert natürlich auch dazu auf, dass man ebenso scharf vielleicht antwortet. Dies trägt vielleicht zur Unterhaltung der Leute da draußen im Video bei, aber es wird ihm sicherlich etwas weniger fallen. Deswegen sollte man es nicht als konstruktive Abwertung hinnehmen, in meinem Fall, oder eher destruktive Abwertung, sondern ich gleiche einfach nur meinen Duktus in diesem Fall an. Aber gehen wir nun inhaltlich erstmal darauf ein. Erstmal eine logische Schlussfolgerung. Ich gehe mal auf den letzten Teil ein. Wenn er meint, dass nur illegale Substanzen auszuklammern, und damit meint er höchstwahrscheinlich Steroide, schließen wir mal aus dem Kontext, illegale Substanzen, aber sonst den Missbrauch von Medikamenten als natural zu bezeichnen, gehen wir mal auf Schlussfolgerung, damit meint er den Supplement-Teil, den meint er mit Medikamente. Er bezeichnet hier Supplements also als Medikamente und die Supplement-Nutzung als Missbrauch von Medikamenten. Wir reden hier also scheinbar von jemandem, der eine ziemliche Antihaltung zu Supplement-Industrie und Supplement hat. Die Industrie gar nicht so, das geht an den Kommerz, aber zu Supplements generell und ihrer Herstellung. Und diese als natural zu bezeichnen, wenn Sie also Proteinpulver nehmen, ist Schwachsinn. Nun, zunächst einmal, dafür leben wir in Zeiten von Chat-GPT, schauen wir doch mal, was Chat-GPT dazu sagt. Gib mir eine Definition von Medikament. Ein Medikament ist eine Substanz oder eine Mischung von Substanzen, die zur Diagnose, Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bei Menschen oder Tieren verwendet wird. Es wird in der Regel von einem Arzt verschrieben und unterliegt strengen gesetzlichen Vorschriften und klinischen Tests, um seine Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten. Die Wirksamkeit, hat ja nicht einen tollen Akzent. Wo ist der Unterschied zwischen einem Medikament und einem Supplement per Definition? Medikamente werden in der Regel von einem Arzt verschrieben und unterliegen strengen gesetzlichen Vorschriften und klinischen Tests, um ihre Sicherheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Was wir auch immer daraus entnehmen können, eines muss ich ja zumindest sagen, fast schon zugestehen. Denn es gibt einen kleinen Korridor vom Übergang von Medikamenten zu Supplements. Grundsätzlich auch zu normaler Ernährung. Denn wir nehmen ja auch teilweise bestimmte Stoffe zu uns, ob es jetzt Tee ist, Kräutertee ist. Und Kräuter sind nun mal die erste Form von Medikamenten früher gewesen und auch immer noch Bestandteil davon. Und natürlich kommen auch Medikamente irgendwo aus der Natur, sonst hätten wir sie ja nicht. Aber wir supplementieren auch gerne mal Vitamin C mehr und so weiter, wenn wir gerade krank sind, um das Ganze zu unterstützen. Und viel mehr Unterstützung erfahren wir von einem Medikament, zumindest seichten Medikamenten, nun mal auch nicht. Die Krankheit könnte dadurch vielleicht 20% schneller abheilen, wenn wir Lutschbonbons oder sonst irgendetwas nehmen. Muss aber nicht. Dann gibt es natürlich die Hardcore-Medikamente, die direkt Wirkung haben, Betäubungspitel und so weiter. Aber rede ich mal nur von einer normalen Erkältung, ist die Grenze schon ein wenig schwammig. Dennoch gibt es hier einen klaren Unterschied, den glaube ich die meisten auch sehen und zumindest diesen Korridor der etwas breiteren akzeptieren können. Denn ich glaube nicht, dass unter unser lieber Sebi Brot oder Zitronen als Medikament bezeichnen würde oder auch als Supplement. Und dazu komme ich später noch und auf das Brot gehe ich später noch ein. Wichtig ist erstmal hier, das, was er da sagt, dass das ein Medikament sein soll, ist per Definition schon nicht gegeben. Rechtlicher Definition, man könnte höchstens sagen, das ist seine indirekte Kritik, denn eigentlich sollte es als Medikament gelten. Nein, aber dazu kommen wir jetzt, wie bescheiden doch diese Einstellung dazu ist. Denn wenn man sich Gedanken darüber macht, was zum Beispiel auf der Skala von natürliches Lebensmittel bis unnatürlich, viele Prozesse, um das herzustellen, einführt, dann haben wir das Brot, das nun mal auch nicht so in der Natur rumliegt. Wer hat denn schon mal den berühmten Brotbaum gesehen? Wahrscheinlich keiner. Genauso wenig wie den Brotstrauch oder Brot aus der Erde ziehen, ist alles nicht drin. Also, das Brot ist tatsächlich ein äußerst unnatürliches Lebensmittel, selbst wenn es das schon seit Jahrtausenden gab. Aber dazu gehört einiges. Um Brot herzustellen, gehört es zu den größten Errungenschaften der menschlichen Geschichte hin zur Industrialisierung. Denn man braucht alleine schon das Feuer dafür. Und das Feuer hat dafür gesorgt, dass sich die Menschheit ganz schön nach vorne hin abhebt in die Richtung, wo wir jetzt gerade sind. Dank des Feuers haben wir diese Kamera da, könnte man sagen. Aber bis dahin muss ja erstmal der Naturzustand, Weizen, Roggen, so etwas, geschrotet werden. Heißt, zu Pulver verarbeitet, trocken gemacht werden. Dann kommen ein paar Substanzen dazu, die normalerweise da vielleicht nicht wären. Vielleicht kommt wieder Wasser dazu, ein bisschen Salz dazu. Dann wird das Ganze rumgeknetet, was in der Natur auch nicht von normalerweise passieren würde, durch Wind oder dergleichen. Und dann kommt es in dieses unnatürliche Menschleins Erfindung, das Feuer. Und anschließend hat man irgendwann ein schönes, krustiges Brot. Ist also, im Gegensatz zu Mehl, was ein Zwischenschritt ist, ziemlich weit auf der Skala der unnatürlichen Lebensmittel. Und jetzt interessiert uns viel mehr nicht nur, was Sebi zu Brot denkt, sondern das Mehl. Beleuchten wir mal das Mehl. Was ist Mehl? Was ist, wenn ich dem Mehl einen anderen Namen gebe? Kohlenhydratpulver. Dann haben wir eine interessante Parallele. Proteinpulver, Kohlenhydratpulver. Ihr kennt die drei Makronährstoffe, Fett, Kohlenhydrate, Proteine. Und wenn wir jetzt Fettpulver hätten, Kohlenhydratpulver, haben wir Mehl. Oder Proteinpulver, haben wir auch, dieses Medikament, dieses Böse. Dann merken wir auch, dass das ein ziemlich gleicher Herstellungsprozess ist. Denn ich behaupte jetzt mal einfach, der gute Sebi würde Mehl nicht so verurteilen und möchte auch nicht, dass wir Mehl in Zukunft nur an Apotheken beziehen können oder uns verschreiben lassen müssen. Genauso wenig wahrscheinlich wie das Brot. Denn statt einer Bäckerei muss man dann eben zur Apotheke gehen, um sein Brot zu bekommen. Nein, ich behaupte, Mehl findet er gar nicht mal so übel. Dabei sind es die gleichen Herstellungsprozesse gleicher Anzahl und sogar fast gleicher Art, um Proteinpulver herzustellen. Denn Proteine sind nun mal im natürlichen Whey auch einfach nur aus Milch gewonnen. Die Milch wird getrocknet, dann werden Substanzen rausgenommen. Das heißt, davon getrennt. Fette wollen wir gar nicht so viele. Kohlenhydrate, Zucker und so weiter wollen wir gar nicht so viele. Und dann wird das Ganze getrocknet. Und dieses getrocknete Pulver ist dann Proteinpulver. Natürlich kann man, damit man es geschmacklich aufbereitet, noch mehr daraus machen. Genauso wie beim Mehl. Aber im Prinzip ist das das, was er so kritisiert und als Medikament bezeichnet und hat genauso viel Herstellungsprozesse bis dahin. Und da frage ich mich doch, wo jetzt der große Unterschied bei ihm ist. Oder geht er wirklich so weit und sagt, nein, man darf nur an dem Weizen kauen. Und das war's. Und so gibt es sicherlich viele da draußen, die immer noch so die grobe Gefühle und die Einstellung haben, die ich jetzt gar nicht so kritisieren möchte. Ist das denn überhaupt so natürlich? Und bitte versucht mal diese Sichtweise, die recht trophologische Sichtweise darauf einzunehmen, dass fast alles, was wir essen und selbst wenn wir uns einen Salat zusammenstellen, wenn wir Radieschen mit einem Salat mischen, dass das bereits schon eine Mischung ist, die nicht unbedingt in der Natur stattfindet. Wir schneiden es. Wir holen da vielleicht Dinge raus. Wir machen Schalen weg. Wir tun es zusammen. Und das ist wirklich nichts anderes als die Herstellungsprozesse von so manch anderem Lebensmittel und auch nicht vom Proteinpulver. Es hat höchstens dieses böse Image, weil es diese ganzen Leute nehmen, die sowieso schon oft zu Dingen greifen und tatsächlich zu wahren Medikamenten greifen, um ihren Körper damit zu beeinflussen und zu verändern. Aber das Proteinpulver, die Vitamin-C-Tablette, das Omega-3-Fettsäure-Käpselchen, das sind alles Dinge, die weit weg davon sind, irgendwo was Unnatürliches zu sein. Denn genauso kommt es in der Natur vor. Selbst bei dem Allerheiligen Kreatin ist es nichts anderes und kein anderer Herstellungsprozess. Und deswegen sollte man viel öfters mal diese sehr nüchterne und trockene Sichtweise eines Trophologen einnehmen, weil man dann hinter dieser Kulisse blickt von Worten, die etwas beschreiben, was oftmals durch gute Zeitungen wie die Brigitte oder dergleichen verungimpft wird. So ist ein Döner nicht mehr ein Döner und vielleicht sogar als Fastfood bezeichnet, eine Überkategorie, während ein Salat das Ganze nicht ist, sondern gesund ist und kein Fastfood. Und dann merkt man ganz schnell als Trophologe, wenn man die Werte sich dahinter anguckt, dass das alles nur ein riesen skandalöser Bullshit ist, auf den ein Sebi absolut reinfällt. Damit ist Sebi das Opfer der Woche und in diesem Fall Opfer dieses Videos, das hoffentlich auch bei dem einen oder anderen Mal zur Aufklärung beiträgt. Denkt immer an die Parallelen, denkt immer an Mehl und Proteinpulver. Und wenn ihr eurer Mutter mal beschreiben müsst, die meisten sind alt genug, um das nicht mehr zu tun, aber was ein Proteinpulver ist und warum das kein Anabolika ist, dann könnt ihr ihr das genau so erklären. Ansonsten fragt JetGPT, wie das hergestellt wird und ihr werdet auch noch weiter aufgeklärt. Wer jetzt gutes Proteinpulver haben möchte, der kann das direkt da unten bestellen. Da kriegt ihr auch noch eine ganze Menge andere Medikamente, äh Supplements. Und die helfen euch sicherlich auch, euch gesünder zu ernähren. Denn Sebi kann gerne weiter an der Zitze einer Kuh nuckeln und dann das ganze Fett und den Zucker auch zu sich nehmen, wenn er auf seine Proteinmenge kommen mag. Andere machen das etwas klüger und gesünder und nehmen sich nur den Proteinanteil raus. Wer jetzt ein bisschen mehr sehen möchte zu Top 5 Supplements oder dergleichen, der guckt hier gleich weiter und wird sofort informiert, nachdem ihr jetzt ein bisschen mehr Klarheit darüber habt, was Supplements überhaupt sind. Und ansonsten abonniert den Kanal. Ich habe immer noch zu wenig Abonnenten und es würde mich freuen, mehr davon zu haben und die Zahl zu vergrößern. Dann kriegt ihr auch mehr Aufklärungsvideos. Liked das Ganze. Ansonsten sehen wir uns bald. Macht's gut. Bis bald. Euer Gotti. Wir sehen uns bald.